So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Sagen wir natürlich immer wieder. Aber bevor wir eigentlich zum Thema kommen, da sticht mir doch direkt was ins Auge, wenn ich einfach mal YouTube aufmache. Oh mein Gott, wen sehe ich denn da schon wieder? Pokémon Master Holly, ja? Kennt ihr die? Ich fand die mal übelst toll. Die hat mich angesteckt mit ihrer guten Laune und ich habe da öfters mal reingeguckt und habe immer gesagt, die finde ich toll. Geht mal weg mit den anderen allen. Die finde ich toll, ne? Aber das hat sich mittlerweile alles so verändert. Ich finde das so widerwärtig, wie die das ausnutzt, ja? Ja, ihre Sexualität, um den Leuten da die Kohle aus der Tasche zu loggen, wie die dann immer Werbung macht auf ihrem Pokémon-Kanal für ihren Porno-Only-Fans-Account und dass die sich halt manchmal da so richtig billig präsentiert. Das muss ich jetzt mal loswerden. Der ganze Hass ist jetzt gebündelt, wenn ich das sehe. Jetzt sagt ihr, du bist doch nur neidisch. Dann sage ich, ja, bin ich, weil ich kann nicht einfach mich verkaufen. Das will nämlich keiner haben. Aber ich weiß, ich bin auch kein Vorbild. Ich trinke Bier in meinen Streams, ne? Wie so ein richtiger Dulli, aber ich finde das trotzdem alles nicht gut. Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Ich sehe dieses Bild und denke, wenn du dir das Video anguckst, du weißt bestimmt, was dich erwartet. Jetzt drücke ich nur mal hier drauf und oh mein Gott, da sehe ich eine Vorschau und ohne Spaß, wenn ich sowas sehe, dann denke ich einfach nur, irgendjemand hat eine versteckte Kamera irgendwo in einem Puff installiert und wir haben einen direkten Einblick. Gleich kommt der nächste Freier durch die Tür und das klingt so böse und so gemein. Ich will nicht so gemein und böse sein, aber weiß ich nicht. Weil das ist ja dann trotzdem Vorbild für viele kleine Jungs und Mädels und sonst was und die dann auch so. Ja, die hat sich so freizügig schon auch präsentiert auf ihren Sachen, in ihren Streams, in ihren Dings und dann plötzlich hat sie es wieder runtergelöscht. War es vielleicht doch zu viel? Aber ich komme darauf nicht klar. Aber warum ziehe ich mich darauf überhaupt? Ich bin ja nur neidisch, weil die so ein fettes Relaxo da im Bett liegen hat. Also, das wirkt auch irgendwie pervers. Warum liegt da ein Relaxo rum? Lass das Relaxo in Ruhe, das hat ihr nichts getan. Aber für mich sieht das nicht aus wie ein, guckt mal mein schönes Pokémon-Video. Es geht gar nicht um das Spiel, es geht gar nicht um, was ich euch zu erzählen habe. Ich möchte einfach nur meine nackten Beine demonstrieren mit meinem Mini-Rogon. Oh, ja los, Relaxo. Oh, da merkt man wieder, dass ich extrem gestört bin. Aber, wir wollen eigentlich heute mal auf den Spieletrend-Kanal gehen und wollen mal vergleichen. Hier, krasses Jahr. Ich zeige alle meine Medaillen im Pokémon Go. Und ganz ehrlich, da ist mir Spieletrend lieber, der sich nicht zeigt, der aber das Spiel in den Vordergrund stellt, der eine jüngere Community hat auch, der Leute erreichen will, der informativ ist, der eine gute Qualität hat, das immer alles anschaulich macht. Da ist mir das lieber als jemand, der jetzt auf einmal anfängt, sich auszuziehen und einfach nur versucht, nackt Fotos an Leute zu verkaufen mit Onlyfans und freizügiger denn je und alles. Schade, dass die sich das so geändert hat. Ich habe die eigentlich mal vernünftig eingeschätzt, aber irgendwie ist das. Die gucken alle Berlin Tag und Nacht, selbst in Amerika wahrscheinlich, und sagen dann, so mache ich das jetzt auch. Ja, es geht halt alles nur um die Kohle, wie ihr seht. Aber es geht auf jeden Fall jetzt um das Thema Spieletrend. Krass, ich zeige alle meine Medaillen. Das Video möchte ich jetzt mal hier drauf machen. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich vergleichen möchte, wer hat den längsten. Und dass ich viel krasser bin als Spieletrend. Denn ich weiß genau, es gibt etliche Medaillen, da hat er sicherlich die Nase ganz weit vorne, weil er ist ein Allrounder. Er beschäftigt sich wirklich mit der App von Anfang an und er macht alles und überhaupt und so und was weiß ich. Während ich ja eigentlich eher der Raider bin. Ich kann mit GBL zum Beispiel auch nicht wirklich was anfangen. Die spiele ich nur zum Trotz immer mal zu Rang 20, dass ich da die Top-Lade-TM bekomme. Aber ansonsten bin ich eine komplette Niete in GBL. Ich beschäftige mich nicht mit den Metas, mit den Pokémon. Ich spiele das wirklich nur, wenn es sein muss. Er macht das gerne. Er hat Erfahrung in dem Bereich, alles. Und ja, weil er ja auch viele Freunde hat, trotzdem und sehr bekannt ist, interessiert das natürlich auch bei manchen Medaillen, wie viele beste Freunde man hat oder hatte oder wie auch immer. Weil das ist ja trotzdem was, wo er es sicherlich auch einen Vorteil hat. Ja, und überhaupt und was weiß ich. Und ich mache das, wie gesagt, nicht, um zu vergleichen. Ich muss gleich vorweg noch dazu sagen, meine Statistiken sind größtenteils sowieso nichts wert. Gar nichts wert. Da braucht man nichts drauf geben. Auch wenn ich in einigen Kategorien vielleicht viel mehr habe als er, ist das nichts wert, weil er spielt legit. Auch wenn Leute sagen, Quatsch, der spooft auch. Das weiß doch jeder. Kann ich mir nicht vorstellen. Ihm ist das wichtig. Er hat da Spaß dran. Er macht das so, wie es ist. Sein Account ist ihm total wichtig. Meine auch. Stecken auch über 6.000 Euro drin jetzt so. Vielleicht mittlerweile. Und, aber er spielt legit. Und ich spiele ja gemischt. Ich spiele viel legit. Aber natürlich, es ist kein Geheimnis. Ich spoofe ja auch trotzdem. Gerade auch, wenn ich ein bestimmtes Hunderter unbedingt haben wollte. In einer Raidstunde. Und nicht dazu kam, also, wenn es jetzt nur eine Woche da ist und es hat nur eine Raidstunde und ich will aber so viele Raids machen, bis das Hunderter kommt. Dann gönnt man sich auch abends nochmal die Raidstunde in Amerika, am Pier oder in New York. Und es schadet ja eigentlich keinem, weil ich gebe halt dann noch einen Pass aus und 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 immer wieder muss ich drauf hoffen, wird mir das Hunderter hingestellt oder nicht? Wird mir das Hunderter hingestellt, wird es nicht? Das ist, das verschlingt so Unsummen an Geld. Aber je mehr man raidet, je mehr man spielt, je mehr Möglichkeiten man hat, desto, ihr wisst ja, was ich meine alles. Deswegen, das nehme ich mir natürlich auch raus oder gerade, wenn ich mal eine Geschenkerunde mache, dass ich der Community immer mal was geben kann. Da, äh, ne? Und alles und hin und her. Auf jeden Fall möchte ich dir das jetzt vergleichen und das ist, das Ganze ist auch ein Zuschauerwunsch gewesen. Ich hab's auch gesehen, als er das Video gemacht hat, aber das hat mich jetzt nicht so, weil ich ja weiß, dass das nicht so wertvoll ist bei mir. Aber von der Community wurde sich trotzdem gewünscht, Ramses, kannst du mal vergleichen? Würde, würde uns mal gerne interessieren, was du da hast. Ich hab jetzt auch hier mein Bildschirm irgendwo eingeblendet, das müsste das hier sein. Ich muss es jetzt leider so machen, sonst bin ich verblendet und gucken jetzt einfach mal hier in das Video rein und schauen mal, seine Statistik, meine Statistik so, was wir da rauslesen können, was es da nettes gibt, wo ich total überrascht bin oder für euch, weil ich meine Statistik gar nicht gezeigt habe, jetzt vom Spiel, Ende des Jahres, so seht ihr da auch nochmal was. Können auch mit euch noch vergleichen, ich vergleiche mit ihm, er vergleicht mit ihm und mir. Ja, gucken. Ramses versus Schilling, Wer hat den längsten? Jetzt neu. Und jetzt sehe ich, dass ich meine Desktop-Audio gar nicht an habe. Moment, nochmal hier drauf. Neues Jahr, neues Glück, der Schilling ist zurück, heute packe ich aus alle meine aktuellen Medaillen. 200.000 Fänge oder noch mehr in diesem Jahr. Wie viel, beziehungsweise wie wenig habe ich gespielt? Die Medaillen, die ich hier einblende, sind vor ziemlich genau einem Jahr entstanden. Im Dezember 2020 habe ich die mal alle gezeigt und jetzt, circa ein Jahr später, na eben. Jetzt ist das Ding wieder weg. Ich muss doch hier noch da auf dieses Teil drücken. Januar 2022 stürzen wir uns nochmal rein. Die Jogger-Medaille steht aktuell. So, das ist jetzt ein bisschen die Jogger-Medaille. Jetzt muss ich erstmal suchen. Die Jogger-Medaille, die fängt hier oben an, genau. 17.000 zu 45.000. Wie gesagt, ist nichts wert. Bei mir bei 17.422 Kilometern. In etwa 3.200 Kilometer in diesem Jahr. Kanto noch immer bei 151. Das hätte mich verwundert, wenn da etwas dazu gekommen wäre. Sammler-Medaille jetzt. 200.000 Fänge. Guck mal, der ist sogar relativ gleich. Also der Schilling ist auf jeden Fall ein nicer Dude, wie man sieht. Fast 500.000. Bei mir knapp über 500.000. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber trotzdem irgendwie sehr fett. Interessant. Niantic hat immer und immer mehr Spawns in der vergangenen Zeit hinzugefügt. Ich habe jetzt leider keinen Vergleich, wie es vor einem Jahr aussah bei mir, deswegen egal. Der Schilling hat das, er hat 200.000 dazu, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Auch die Rampenlichtstunden spielen hier krass hinein, einmal pro Woche. fast 400 Pokémon in einer einzigen Stunde. Das geht schon gut ab und ich fange alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. In 2, 3. Völlig egal, ob ich das Ding schon in 100, in Shiny habe, ich tippe alles an und ich fange auch alles. Geforscht habe ich auch ein wenig. Naja, keine 10.000 Entwicklungen, aber... Da sieht man auch schon den Unterschied, zum Beispiel, er entwickelt fleißig, ich entwickle gar nicht mehr. Ich habe früher Entwicklungssessions gemacht, als ich noch nicht Level 40 war, habe ich dann immer ein Glücksei eingeworfen, habe dann immer zu eine halbe Stunde lang mit Timer, mit Stoppuhr wirklich jedes Glücksei exzessiv ausgenutzt, da hat man noch nicht so viel Kohle reingesteckt und man hat entwickelt, 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 alles weggeschmissen, wieder gesammelt, genug Bombs entwickelt, 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 das ist so mühsam. Bei ihm ging das ja besser mit einem iPhone, er hat dann immer auf Entwickeln gedrückt, App geschlossen, App aufgemacht, zwar fertig, weiter. Bei mir Android, das ist so lahm, das ist alles... Naja, deswegen also, 37.000 fast zu gerade mal 15.000, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Knapp so, Daumen mal Pi gerechnet, könnte man fragen, warum entwickelst du noch, du bist schon Level 50? Ich weiß es auch nicht, aber wenn man die Bonbons hat und so nebenbei. Naja, vielleicht einfach zur Statistik halt, warum nicht? Viele fragen immer, warum machst du das, warum machst du das? Man kann doch einfach alles weitermachen, warum nicht? Ist doch cool trotzdem. Klar könnte man diese Forscher-Medaille mit unlauteren Mitteln jetzt pushen, dass man selber gar nicht entwickelt und das von alleine geht, aber ich lege da wirklich einfach gar keinen Wert drauf. Ich war froh, dass ich mein Level erreicht habe, damals 40, und seitdem, gerade durch Freundschaftsaufstiege und durch Raids, kriegt man sowieso die Erfahrungspunkte hinterhergeworfen. Also entwickelt habe ich dann nicht mehr. Entwickele ich einfach auch ohne Glücksei. Gebrütet habe ich gefühlt relativ wenig, nicht mal 3000 Eier. Ja, was soll ich denn sagen? Gefühlt brüte ich am Tag ein Ei, wenn es hochkommt. Also da auch besser, ne? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr das? Seht ihr? Was? Der Schilling? No. Brüden? Es kam schon lange kein Egg-Opening mehr. Habt ihr mal wieder Bock auf ein Egg-Opening, dass ich mal wieder, äh, ja, weiß ich nicht. Ich hatte ja damals mal gemacht, dass ich 12, 12 Kilometer, ne, neun, zwölf, sechs, zehn oder achtzehn, wie viel passen wir hin? Doch, zwölf. Dass ich zwei Seiten voll hatte, da und da und das so zusammen oder irgendwas, ach, egal. Naja, da hat man noch Garnobyl gesucht. Jetzt habe ich ganz viele Garnobyl mittlerweile. Aber Egg-Opening, ist in letzter Zeit auch seltener geworden bei den YouTubern, oder? Ja, in den vergangenen Wochen habe ich relativ wenige Ei-Videos gemacht. Hm, auch nicht so viele Brutmaschinen gekauft und so. Ach so, ja. Mal schauen, ob dieses Jahr vielleicht. Deswegen mache ich wahrscheinlich keine Egg-Openings mehr, weil ich keine Brutmaschinen habe, weil ich ja eigentlich immer nur Raid-Pässe kaufe. Und seitdem ich gemerkt habe, dass die Fan-Raid-Pässe im Dreierpark günstiger sind, als wenn man sich eine Box mit 16 Premium-Pässen kauft, habe ich halt dann nur noch Fan-Raid-Pässe im Dreierbündel gekauft und keine Boxen mehr mit Brutmaschinen. In der Richtung wieder etwas mehr gehen wird. Backpacker. Bei 200.000 Fängen in etwa 117.000 gedrehte Pokestops. Und das, obwohl ich zwei von zu Hause aus erreiche. 367.000, 452.000, wie gesagt, dadurch, dass ich ja immer die 100 Geschenke am Tag versuche zu verschicken und zu verteilen und alles, werden da halt hauptsächlich Pokestops gedreht. Das Gottscher war immer viel zum Einsatz, alles hin und her und dann bam, 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 bam. Da wird in der Zeit nicht gefangen, da wird halt wirklich nur gedreht und ja. Also das Verhältnis Fänge, Pokestops und so, das wird immer krasser, weil Niantic eben so viele bei den Events auch teilweise und Community Days und so hinzufügt. Urlauber hingegen ist gar nicht so weit nach oben gegangen, verständlicherweise. Ich bin so gut wie nicht gereist, war nirgendwo, wo ich noch nie war, klingt komisch, ist aber so. Gerade mal 500 neue, einzigartige, verschiedene Pokestops. Ja, 7400 zu 17.000 da hat man natürlich einen Vorteil als Spoofer. Es kommt auch viel, weil ihr seht, dass wir oft auch Events, die jetzt nicht bei uns sind, übertragen, Streamen machen. Letztens auch wieder das Mexiko-Event mit Julchen übertragen im Stream, zusammen da in der Stadt rumgestanden, da Sachen gedreht, gefangen gemacht. Das ist eigentlich auch sehr beliebt. Ihr freut euch da, dass ihr mal seht, wie es dort aussieht und was es so für eine Ausbeute gibt. Man kann nebenbei ein bisschen quatschen, labern, chillen. Also immer sehr schön. Also da, das ist ja, das ist ja ganz eindeutig. Aber ihr seht, bei anderen Sachen, wo man selbst wirklich mal was leisten muss, da liegt der Ramses ganz hinten und der Schilling ganz vorne. Bei mir. Obwohl, an sich ist es jetzt nicht die Leistung, dass ich halt jetzt Brutmaschinen kaufe statt Raid-Passe. Das ist halt einfach nur eine Entscheidung, die man für sich selbst trifft, was ein wichtiger ist. Und beides ist halt wirklich, je mehr du Brutmaschinen kaufst, desto mehr Eier hast du wohl im Endeffekt auch gebrütet. Aber je mehr Raid-Passe du kaufst, desto mehr Raids hast du im Endeffekt vielleicht auch gemacht. Also das Spiel ist sowieso, wer mehr Kohle reinsteckt, der hat im Endeffekt auch meist die besseren Statistiken. Mehr als 100.500 neue. Das ist nicht viel. Geangelt habe ich ein bisschen. Wow! Da habe ich die Cabro-Medaille jetzt auch auf Platin, wo man 1042 und 1061 die NXL haben muss. Dann Arena-Kämpfe 19.664. Ja, da war ich so mittelmäßig, fleißig, paar Arenen. Hey, 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 jetzt warte, gefälligst hier. Da muss ich noch. Arena-Kämpfe 19.000, 31.000. Ich habe schon immer das Problem gehabt, früher alle Arenen blau und rot, wenn ich mich irgendwo setzen wollte als gelber, ich musste mir Platz machen. Ich musste alle rauskämpfen. Fertig. Heutzutage die Stadt auch. Neues Arenasystem. Trotzdem alles blau und rot. Du findest eigentlich nie eine gelbe Arena in Hildburghausen. Also musst du, wenn du Platz brauchst, musst du kämpfen. Du musst dich frei kämpfen. Du musst dich rauskämpfen. Und das geht mir schon seit Anfang des Spieles so. Deshalb habe ich da auch natürlich sowieso immer relativ viele Arena-Kämpfe drauf gehabt, während andere die nicht so hoch hatten, weil die blauen und roten sich meistens einfach gesetzt haben und waren dann fertig mit der Welt. Ja, da war ich so mittelmäßig, fleißig, paar Arenen bekämpft und eingenommen. Trainiert habe ich. Wenn man auf Kämpfen klickt, dann ganz runter. Bei den Teamleitern fragt man sich jetzt, warum machst du das noch? Schilling ab und zu wegen der Kumpelherzen, die Kumpel aufgeregt machen. Ich weiß, es zählt auch, wenn man einfach verliert. Aber ich weiß nicht, manchmal möchte ich kämpfen und auch gewinnen. Da kann man auch neue Sachen ausprobieren und so. Also ich fand, das war die schlimmste Medaille. Damals war das mit dem Trainieren irgendwie noch besser, wurde abgeschafft, kam zurück mit Medaille, neue Möglichkeit. Wir haben mal einen Trick gezeigt, dass man mit so einem Krypto-Tohaido ganz gemütlich, einfach ganz schnell und ganz effektiv Bam, 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 Candela oder so besiegt, diesen roten Trainer und das haben viele nachgemacht, so wie man am schnellsten dann die Ast-Trainer-Medaille hochpushen kann. Das sind ja fast tausend mehr, aber das hat wirklich keinen Wert. Ich schwöre. Weshalb habe ich... Oh mein Gott, ich habe vergessen zu drücken. Hier die T-Nager. Oh, der Schilling hat mehr T-Nager. Das so und einmal am Tag bekommt man eine Belohnung, wenn man gewinnt. Ein paar kleine Ratten habe ich auch gefangen und am Tee genagt. Ach so, nein, das heißt ja Teenager. Früher dachte ich immer, das sind die T-Nager. Pikachu, da merkt man, wie viele Events es mit Pikachu gibt und gab und... Nämlich alle, alle Events in Pikachu-Events, wie man sieht. 4, 9, 11, 3. Neujahrshut und Pikachu-Hut mit Hut-Pikachu und dann das Pikachu-Hut mit Hut-Pikachu, Pikachu-Hut und so weiter und so fort. Ioto bei den Pokédex-Medaillen kann es später dann noch sein, dass mir da ein paar fehlt, obwohl ich schon die Bonbons-Feed-Entwicklung hätte. Kampf... Das war ein Thema auch in einem Stream letztens, weil einer gesagt hat, der Schilling hat nur 3, 2. Wie viel hast denn du? 4? Joa. 5? Joa. 6? Joa. 7? Joa. Bin jetzt bei 7902, das heißt im Endeffekt, wenn ihr wirklich mal ein Raid 1 Euro rechnet, sind das 3200 Euro zu 7900 Euro, das sieht man. Der eine, wie gesagt, der raidet mehr, der andere, der brütet mehr. Gerade durch die Raid-Stunden und durch die Raid-Mania am Mittwoch, immer 18 bis 19 Uhr, wo ihr mich einladet, da kriege ich ja in einer Stunde schon so viele Raids durch die Fan-Raids und durch eure Einladungen und unser gemeinsames Spielen dazu, dass das regelmäßig gepusht wird. Und gerade meine... meine Mewtwo, ich wollte unbedingt 100% Mewtwo haben und habe da jeden Tag stundenlang gestreamt, hab euch zur Hilfe geholt, ihr mir, ich euch, alles hin und her, bis ich das 100er hatte und schon da alleine da sind, äh, was, 783 Raids draufgegangen für Mewtwo, Darkrai, wollte ich auch unbedingt ein 100er, 663 Raids für Darkrai, also, das Lab hat sich schon, gerade wenn du ein bestimmtes unbedingt als 100er haben möchtest. Legende, da haben natürlich die Fan-Raids ordentlich mit reingespielt, muss man sagen, na und, ich habe auch Raids angenommen, die ich vielleicht gar nicht wirklich benötige, so ein Registil, ja, aber man denkt sich so, Fan-Raid-Einladung hilft man mal. Das mache ich aber zum Beispiel nicht, wenn mich zwischendurch einfach so einer einlädt, wieder mal zu einem Pikachu-Raid im Einer, da denke ich, nein, bei Fünfern ist das was anderes, da sage ich gerne mal, okay, wenn ich das gerade suche, nützlich, ansonsten, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt weiß, Genesack kommt, ihr könnt mich da einladen, wie ihr wollt, außerhalb der Streams, ich werde auf jeden Fall keinen machen, ich werde meinen täglichen Pass davon machen und mehr nicht, außer in der Raid-Mania, da müssen wir ja wegen dem Format zusammen raiden, aber ansonsten, da kann man wieder sparen. Kommt vielleicht ein Shiny, ein Hunderter, was auch immer. Bären habe ich auch fleißig gefüttert, von 106 auf 183.000. Der hat in dem einen Jahr mehr Bären verfüttert, als ich überhaupt insgesamt auf der Medaille habe. hier 183.000, 76.000 dazu und ich habe insgesamt gerade mal 74.000. Bei mir ist das Problem auch, weil ich immer Platz im Beutel brauche, ich schmeiße immer alle Bären weg. Da fliegen manchmal 500 goldene Bären einfach weg, weil ich Platz brauche und jeder Nein, die musst du doch verfüttern, es gibt doch Staub und pusht die Medaille, aber ich tue die immer fein säuberlich in Sorgen, mache so Saft raus oder so. Ich zerstöre so gut wie nie Bären, jetzt vor allem noch einfacher mit dem riesigen Inventar, mit der großen Beutelverweiterung, ich verfüttere alle in die Arenen rein. Ich nicht. Gibt nicht einen Sternenstaub und ja, wieso? Auch nicht. Wie viel habe ich verteidigt? Das ging gut nach oben, wenn man das so sieht, von 32 auf 54.000. Man muss sagen, man spürt ein bisschen, dass das Pokémon Go Interesse in letzter Zeit runter geht, denn ich bin mal in der Arena im Stephansdom länger als 24 Stunden gesessen. Im Stephansdom, dem Wahrzeichen Wiens, wo so viel abgeht, wie sonst, keine Ahnung wo. Ja, bei uns ist ja sowieso, bei uns ist schon, selbst in der Hochzeit, wo alle aktiv sind, theoretisch Todehose. Wir sind eine kleine Stadt, wir sind wirklich eine Kleinstadt mit ganz vielen Arenen und wir haben aber auch einen Arenaplan, dass wirklich, wenn man sich da setzt, dass man theoretisch sich am nächsten Tag selbst ablösen muss und raushauen, weil man sonst gar nicht an seine Münzen kommen würde. Und so ist das jeden Tag. Also ich sitze eigentlich immer 24 Stunden, dann setze ich mich daneben in die, hau mich da raus, sitze da 24 Stunden, nächsten Tag setze ich mich wieder in die, hau mich aus der daneben raus. 24 Stunden, also man sitzt eigentlich immer, man sitzt jeden Tag komplett. Wenn man da raus geht, geht man da rein und sitzt wieder komplett. Also man sitzt immer, es zählt einfach immer, alles immer dazu. Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, aber ja. Feldforschungen habe ich immerhin mehr als 10.000 in diesem Jahr gemacht. Oft auch so direkt 300 an einem einzigen Community Day zum Beispiel und je nachdem, wie gut oder schlecht die Feldforschungen in einem aktuellen Event sind. Ja, 37, 22 ist auch besser. Gerade am Community Day mache ich, glaube ich, die wenigsten Forschungen. Da bin ich immer abgelenkt, dank euch, dass ich gar nicht dazu komme, überhaupt was abzuholen. Du drehst und drehst und kriegst nichts dazu und nach 6 Stunden fällt dir auf, oh, die 3 Aufgaben waren ja nach einer Minute fertig, hätte ich ja mal abholen können, dass ich neue erträgen kann. Also da bin ich ein bisschen... Dann... Hier, das dürfte wohl meine schwächste Medaille in diesem Jahr sein. 255 beste Freunde insgesamt. 626. Es ist natürlich schwieriger geworden jetzt auch. Dadurch, dass die Freunde erhöht wurden, man statt 200 400 haben kann, aber die Geschenke nicht erhöht wurden, ihr trotzdem nur 100 verteilen könnt, statt 200. Sonst hätte sich das besser ausgeglichen. Dann viele kommen drauf, kriegen Geschenke, machen nichts mehr, fliegen wieder runter, weil die Nächsten drauf wollen Schlange stehen. Dann dauert es viel, viel länger gefühlt jetzt irgendwie mit dem effektiven Leveln zu Stufe 4. Viele trennen sich dann selber bei Stufe 4, stellen sich nach 120 Tagen wieder an, wenn es erloschen ist. Andere wollen drin bleiben und man macht auch da gar nichts mehr. Oder man interagiert hauptsächlich nur noch mit den Besten, weil man Glücksfreund haben will, weil man bestimmte Pokémon noch als Hunder da sucht und hofft, dass da was wird, sodass die anderen gar nicht mehr so schnell steigen. Seit ich irgendwie die ganzen Erfahrungspunkte dann hatte, Level 50 und wusste, okay, jetzt wird nicht mehr benötigt und 200 Leute auf der Freundesliste. Ich wollte meine alten Personen nicht löschen, aber nun 400 Plätze, jetzt geht es wieder voran. Sehr viele sind kurz vor Level 4 Freund. Die Medaille werde ich im nächsten Jahr auch wieder ein bisschen pushen. Ein Gentleman, bin ich nicht wirklich, ich bin sehr faul, tausch muss ich, habe ich gesagt, faultausch, ich bin tauschfaul. Muss ich ehrlich zugeben. Ja, er ist tauschfaul, wir haben trotzdem fast auch die gleichen Werte hier, 9, 5, 10. Ich tausche eigentlich momentan nur noch, entweder für Interaktionen, auch mit mir selbst, oder, also mit den kleinen Accounts immer, oder gerade wenn ein neues Pokémon eingeführt wurde, was mir natürlich als Lucky dann fehlt, Hannes sammelt da gerne mal, andere Leute sagen auch, ich sammle das hier, wenn du brauchst, können wir mal 50 Stück hin und her tauschen und so, dass man am Ende dann also, ähm, ja, tauscht, um das neue Pokémon als Lucky Pokémon zu haben, damit man damit auch abgeschlossen ist. Ich habe alle Pokémon als Lucky Pokémon, ich kann mich immer genau, wenn das nächste, neue kommt, darauf konzentrieren, das auch wieder mit Leuten zu tauschen, bis es auch Lucky ist. ein Grüße an Benjamin Engel, der gerade hier reingeschneit kam. Das ist irgendwie so langwierig, so ätzend, so nervig, gibt aber gute Belohnungen. Jetzt auch XL und hohe IV, wenn es ein Lucky wird. Schauen wir mal. Hohe IV. Okay, die PvP-Medaillen, da habe ich fleißig gespielt in jeder Season, den höchsten Rang erreicht und ja gut, die habe ich nicht, weil ich die nicht auf, äh, die habe ich nicht auf Dings, Moment, die habe ich nicht auf Pladin, deswegen erscheinen die hier nicht. Da müsste man jetzt mal kurz zurück und müsste hier bei Gold gucken nach den Teilen. Also, Veteran der Superliga, da bin ich bei 639, ja, 639, er ist bei 3014, da seht ihr wieder GBL, wie stark das ist. So, dann ist er bei der Hyperliga bei 2150, nicht gerade mal bei 400, noch was, ist sogar noch schlechter. Und Meisterliga bin ich so bei 514, das ist so Zwischending, zwischen den Sachen irgendwo. Schön die Kostüme, die Posen, die Outfits abgesahnt. Der Hyperliga, Meisterliga auch noch am Start, 1899 hier. Dann Kameramann. Das blick ich gar nicht mehr durch, Kameramann. Wo ist das denn? Ach, hier oben. Gut, jetzt geht's da weiter. Da er die zwei, die ich davor auf Pladin hab, nicht auf Pladin hat, werden die bei ihm stehen nicht da, sondern es ist jetzt, haben wir wieder die Reihenfolge da. Kameramann, 1.160, 1.160, 785. Vergesse ich eh meistens, Schnappschüsse zu machen, selbst am Community Day. Da kann man mich ausstechen. Das sind die Go-Snapshot-Überraschungen, unter anderem Farbeagle oder auch beim Community Day immer 5 oder andere Events, die so anstehen, bin ich bei 1.160 und dürfte fast nie Farbeagle eigentlich so verpasst haben. Dann Team Go, A Rocket habe ich mehr als 3.000 in diesem Jahr geschnetzelt. Ich muss sagen, früher war ich da aber gefühlt noch fleißiger, doch mittlerweile gibt es eben, wie schon erwähnt, so viele wilde Pokémon, dass man sich dreimal überlegen muss, macht man den Rüpel, oder fängt man in der Zwischenzeit 6,8 zu 21,8. Bisschen Unterschied, aber wie gesagt, ist nix wert. 25 Pokémon mit Fast Catch. Das ist immer die Sache, die ich abwäge. Triathlet, da sind jetzt einige neue Medaillen dann auch. Erste Serie des... 177 zu 178. Ja! Ja, Mann! Erreiche eine Pokémon-Fang- oder Pokestop-Dreh-Serie von 7 Tagen. Heißt das jetzt, ich spiele aktiver, weil ich einmal eine 7-Tage-Serie mehr erreicht habe? Weil ihm einmal eine gefehlt hat? Oder was heißt das? Dabei habe ich erst im August angefangen und er im Juli? Aber das zählt ja nicht rückwirkend, oder? Erst ab dem das eingeführt wurde. Ach, egal. Ich bin der Beste! Jetzt sehe ich es wieder. Ich habe eigentlich, seit ich spiele, seit Tag 1, nie etwas verpasst. Außer ein einziges Mal, da war ich bei Freunden, Verwandten, die haben keinen einzigen Pokestop bei ihnen zu Hause und da habe ich dann die Pokestop-Serie verpasst. Aber das zählt noch nicht seit Anbeginn der Zeit. Niantic bemisst diese Daten erst seit... Jetzt wollte ich sagen, genau und daher fehlt genau ein Punkt. Aber wenn er sagt, das zählt nicht dazu, dann weiß ich nicht. 177 Serien, grob gesagt. Die Trainerhoffnung, da dürfte ich einige... Da sieht man wieder den Unterschied, wenn er sagt, er nimmt öfters auch mal Raids an, wozu den eingeladen wird, die er gar nicht braucht. Ich nicht. Ich rate eigentlich wirklich nur Fünfer. Oder halt Mega-Raid, wenn er da ist, dreimal zum Entwickeln und nochmal dreimal, um das andere Geschlecht zu entwickeln und so weiter. Kann ja jeder machen, wie er möchte. 231 ist schon fett. Ich bin bei 157 wirklich. Ich habe so zu tun gehabt, die voll zu kriegen, weil ich nie wusste, was habe ich denn schon mal geradet und was nicht. Das war alles durcheinander. Das ist auch eine Medaille, die eigentlich sinnlos ist, die man aber einfach nur, wer mehr Geld bezahlt, die halt dann vollkriegt und viele Dings drauf hat. Aber das meiste will man ja gar nicht raiden. Er ist aber auch hier richtig gut dabei mit 231. Neu dazu bekommen haben, wie viele einzigartige Raids hat man gemacht. Also zweimal Mewtwo zählt als einmal. Wie viele verschiedene Pokémon hat man im Raid bezwungen? Seit es diese Medaille gibt, mache ich da auch ein paar mit dem Gratis-Pass, die eigentlich unnötig sind, aber nur für die Medaille. Die kann aber schon weitaus höher sein. Ich glaube, in Richtung 400 kann man da schon haben, wenn man wirklich jedes Pokémon mitgenommen hat. 2000 Raids mit einem Freund gewinnen habe ich vor kurzem erst auf Platin gebracht. 2000 mit Freunden, 3800 mit Freunden, weil ohne euch wäre ich nichts. Wo sicherlich auch gerade die Raidmania immer mit reingezählt am Mittwoch, wo so viele von der Freundesliste einfach mich einladen zu ihren Raids, wir zusammen da das bestreiten, ihr Raidmania-Punkte kriegt. Also sind fast 2000 mehr, so 1800 mehr. Das finde ich cool. Das ist eine schöne Medaille. Hier, dann haben wir die Picknicker-Medaille, die auch noch bei weitem nicht seit Anfang des Spiels zählt. Und ich weiß nicht, ob sie mittlerweile noch verpackt. 3-4-4-5, die hat sich ja immer wieder geändert von der Bedeutung und der Funktionsweise her. Ist aber, wenn ich ein Lockmodul mache, dann zählt alles, was andere Personen außer mir fangen. Also ich gehe in den Stadtpark, mache dort 5 Lockmodule und wenn fremde Personen dann bei diesen Lockmodulen etwas fangen, bekomme ich das für meine Medaille. Aber ich mache nicht so oft Lockmodule irgendwo, außer bei mir zu Hause und das... Ich auch nicht. Man setzt einmal im Leben ein Lockmodul in Zaragoza und nach 5 Minuten hat man die auf Pladin und deswegen ist die auch nichts wert. Weil da hier immer alles Sinn. Aber ich bin ja kein Zaragozaner, wer das weiß, der weiß ja, ich bin Budapester. zählt dann nicht wirklich so viel. Dann Freundefinder, Dankeschön an alle, die meinen Werbencode verwendet haben. Noch immer verwenden 288 Personen mittlerweile. Ja. Fand ich auch eine der dümmsten und ekligsten Medaillen der Welt. Ich war froh, dass ich aus der Community ein paar extra neue Accounts gemacht habe, nur um die Medaille zu pushen, mir zu helfen. Aber ich finde es auch gut, wenn man das nicht mehr macht. Weil man kann ja nur einmal so einen Code eingeben auf einem Account und dann nie wieder. Also, dann sollte man lieber Leuten helfen, die die Medaille nicht auf Pladin haben. weil ein Account einfach nur einmal einem anderen helfen kann. Und wer mir hilft, der kann keinem anderen helfen. Und deswegen, ich brauche keine Hilfe mehr. 50 war gefordert, 66 sind es, hier 288. Aber, schreckliche Medaille. Auch schon einige Belohnungen dadurch abgestaubt. Ich bin 973 Mal Raid-Experte geworden. Das sind die Erfolge am Ende eines Raids. 1551. Weil ich Raid-Experte bin. Die kannst du nicht, da kannst du nicht schummeln. Meisterschaden, Meisterladeattacken, letzte Attacke eingesetzt und so weiter. Aber klar, wenn man insgesamt natürlich viel mehr Raids gemacht hat, gerade legendärer, ist man natürlich auch sicherlich öfters da mit dabei gewesen. Oder man macht jeden legendären Raid einfach solo, dann landet man sowieso drauf. Bester Profi-Tipp für euch. Alter, im Grunde, ja, das ist eben auch eine Medaille. Dann Champion, normale Raids, keine legendären und so weiter. 1344 Stück habe ich hier. Hä? Da habe ich sogar mehr. Da habe ich gedacht, wirklich, dass bei Champion der Schilling vielleicht mehr hat als ich. weil er ja trotzdem ja auch mal was annimmt. Einfach so. Auch mal lichtenlegendäre, gerade weil er auch bei Trainer Hoffnung und Dings, also weil er bei diesen verschiedenen Raids viel, viel mehr hat, muss er ja auch viele kleine Raids machen, die also nicht legendär sind. habe ich jetzt gedacht, dass da jetzt gerade mehr drauf ist. Ich habe die damals heftig gepusht, als ich immer Despotar Raids gemacht habe und macho meine Raids. Aber ansonsten wüsste ich jetzt seit 100.000 Jahren einfach gar nicht mehr, was man, wie man die pushen soll, mit was. Mega Raids zählen ja glaube ich dazu. Ja, da kann man mal ein paar machen, aber ansonsten würde die wohl ewig jetzt in der Richtung bleiben. Noch nicht mal auf Platin. Mal schauen, bis dieses Jahr was wird. Die Höhenmedaille, da fehlt mir noch ein Pokémon beim Tauschen 10 Millionen. Jetzt muss ich wieder zurück, weil hier vorne irgendwo Pilot stand. Ihr Pilot. Das natürlich wieder, wenn man mit einem Spoofer tauscht, Schande über euer Haupt, dann hat man die natürlich auf Platin. 22 Millionen, 7 Millionen. Diese bösen Spoofer, die helfen mir einfach so ohne irgendwas und dann, ja. Kilometer Distanz bin ich bei 7,3, 7,2 Millionen. Auf Gold habe ich die. War früher relativ einfach, auch mit Reisen, als ich immer Sorry, Two Dots dann aus Australien getroffen habe. Nick und Yamada aus Japan und so. Two Dots. Aber jetzt geht es da schleppend voran, sage ich mal. So, Sinnoh, 102 von 107. Was ist das denn jetzt so durcheinander, Mann? Das ist komisch. Jetzt muss ich Sinnoh suchen. Höhen Sinnoh, 102, 103. 102, 103. Da fehlt bestimmt das Regionale. Wo ist mein Bonbon geblieben? Sehr schön, dass ihr hier seht. 149.000 mehr als davor. Guck. Da ist, ja, das ist egal. Spaß. Muss auch mal sein. Ein All, ein All, 151, 129. Haben wir, okay, fehlen mir auch ein paar. Ich kümmere mich nicht so um die. Ich warte da teilweise auch mit den Pokédex-Einträgen auf den Kopf. Ich hole mir die Pokédex-Einträge meistens schnell und vor allem habe ich ja immer ganz viele Sonderbonbons übrig, weil ich ja so extrem viele legendäre Raids mache, dass ich die einfach jetzt entwickeln kann und dann, wenn irgendwann Gutes kommt, darf ich meistens dann auch wieder nochmal zusammen. Jetzt muss ich nochmal Erlöser gucken. Erlöser, 1026. Da habe ich gedacht, ich erlöse immer einfach alles, was 1000 braucht und 3000, 5000 nicht und wenn ich dann damit fertig bin, erlöse ich nie wieder was. Das war meine Taktik, also ist die auch voll. Community Day oder auf was auch immer. Eine Erlöser-Medaille. 609 von 1000. Ich erlöse so gut wie nichts, außer fürs erste Mal und wenn es ein Hunderter ist oder wenn es nur 1000 Sternenstaub kostet und ich es für eine Feldforschung benötige. 117. Beste Kumpel habe ich. Seit ich die 100 geknackt habe, bin ich es da relativ langsam und gemächlich angegangen, muss ich sagen. Aber doch. einige in diesem Jahr dazu bekommen. Ich weiß immer nicht, was ich machen soll, deswegen nehme ich mir erstmal immer alle 100%igen Legendären, mache die zu besten Kumpels. Dann suche ich mir die Pokémon, die eine Mega-Entwicklung haben können und mache die schon mal zu besten Kumpels. Also wenn ich die dann mega entwickle, ein Level, 100% Level 50er, Best Buddy, Mega-Entwicklungs-Pokémon habe alles. also, ja, oder man entwickelt, man nimmt einfach seine Lieblings-Pokémon. Da man manche als Buddy nehmen muss, um die zu entwickeln und die da drin hängen und alles zumüllen, zieht man die halt auch dann mal hoch, damit es nicht so halbfertig aussieht, aber eigentlich nervt das. Wäre schön, wenn man das irgendwie löschen könnte wieder da draußen. So, E-Cognito. Da fehlen mir noch vier Stück sogar. E-Cognito. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, da weiß ich ja, mir fehlt eins und zwar fehlt mir nämlich das Fragezeichen, dadurch, dass man ja bei diversen Events rund um die Welt mitmacht und dann auch mal da in der Safari-Zone spielt, dort und hier und da und jenes und alles mitgenommen hat, ist man da gut weggekommen. Man hat auch alle Scheine, E-Cognito bisher, die es gibt und es fehlt das Fragezeichen, weil es das Fragezeichen gab es denn nur einmal, einmal auf der ganzen Welt gab es das, nämlich beim allerersten Go-Fest in Chicago, wenn mich nicht alles täuscht, seitdem nie wieder. Manche verkaufen die immer noch irgendwo, aber irgendwann kommt es sicherlich. Keines übernennen, Tausch oder so erhalten, sofern ich weiß und alle davon gefangen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals ein neues E-Cognito ertauscht habe. Jetzt ist es wieder ein Moment, ein Ultraheld hier. Besiege den Boss von Team-Go-Rocket 20x12 und Yo! There it is! 13! Oh! Ja, die schläft einfach. Nicht nur, dass ich eine Fangserie einmal mehr habe, sondern ich habe auch den Rocket Wars und das, da kannst du nicht cheaten. Gut, wenn du das Go-Fest-Ticket nicht hast und den da nochmal hattest, könntest du einen weniger haben, aber das hatte er ja und ich halt nicht. Also das ist mir jetzt auch unklar, wieso da eins fehlt. 12 Mal den Giovanni besiegt, den alten Haudegen und einen Super-Rocket-Radar habe ich auch noch im Beutel. Achso! Wenn mich nicht alles täuscht. Gut, der hat das jetzt aufgehoben. Ich mache halt einfach weg, was da ist und dann ist gut. Dürfte also 13 das Maximum sein, ich habe noch nie was verpasst. Ja. Schauen wir mal, Stand der Dinge aktuell Januar 2022. Kalos 34 von 50, ich glaube 50 kann man auch schon haben aktuell. Ja. Dann 483 Mega-Entwicklungen, die meisten davon, ja so B-Boar und so weiter und so fort. Haben wir auch schon mal gesagt, guckt immer mal nach, wenn ihr so 2000 Energie habt, dass ihr ein bisschen, wenn die mal einfach so zwischendurch aus Spaß entwickelt, damit sich wieder Energie ansammeln kann, weil über 2000 geht ja nicht mehr und ich mache immer, dass ich bei jedem 1500 habe. Sobald es über 1500 Mega-Energie ist, entwickle ich, dass es wieder 100.500 ist und dann kann es wieder von alleine sozusagen in den Beutel fliegen, weil manchmal weiß ich echt nicht, wo es herkommt. Aber du kriegst ja auch viele Wege jetzt mittlerweile Mega-Energie. Aber auch andere, je nach Event, habe ich immer aktiv. eine Entwicklung pro Tag im Durchschnitt, würde ich mal sagen. Dann Galar, Prokodex, okay. Eins mehr. 14 einzigartige Mega-Entwicklungen aktuell. Und das war es. Als Bonus noch, die fangen mit 14 statt 17. Da hat er einige wohl noch nicht entwickelt. Ja, wir sind immer total up to date. Wenn da was rauskommt, stürzen wir uns gleich rein. Du brauchst ja eigentlich nur drei Raids, um eins zu entwickeln. Aber vielleicht wartet er auch noch auf die passenden, die er dann mega entwickelt, weil er von einem noch kein richtig gutes hat. Und deswegen macht man es noch anders. Die Typen-Medaillen. können wir hier nochmal gucken. Hier, 167.000, Schulkind, Typ Normal, 126.000, okay. Liegt da besser. Dahlien, natürlich Typ Normal, am allermeisten. Gehen wir die mal durch. Ich finde die sehr wichtig. 19, 22, die haben auch so einiges geändert. 84, Bonus plus 4 bei Gold, plus 3, 2, 1. Bedeutet, dass man die Panga, Ramses, Pokemon einfacher fangen kann und sind nicht so häufig ausbrechen. Ramses, der Ruinmaniac. Ist ultra wichtig bei legendären Pokemon. Wer kann sich noch erinnern, früher, wo man irgendwie sieben Bälle teilweise hatte, Ramses, der Käfersammler, nicht diesen Fangbonus und so weiter, mittlerweile ein und Ramses, die Hexe, vor allem 804, 404 hinten dran. 20 Bälle plus 4 Fangbonus, ja, ist schon Schilling, der Eisenbahner, etwas einfacher geworden, na und? Ramses, der Hitzkopf. Ich habe schon so das Gefühl, seit es diese Medaillen gibt, sind die legendären Pokemon ein. Ramses, der Schwimmer, obwohl das stimmt nicht. Der Ramses kann nicht schwimmen, also Schilling, der Schwimmer, wäre dann schon besser. Einfacher zu fangen. Wasser-Pokémon auch. Ramses, der Gärtner. So einige Wasserbiome und so weiter hier. Ramses, der Rocker und Schilling, der Psycho. Elektro, natürlich viele Pikachu, Psycho, war früher Traumato, dem Traumauto. Ramses, der Skifahrer. Ohne U geschuldet. Skifahrer, ein bisschen Skifahren in Österreich natürlich. Ramses, der Drachenprofi. Drachenprofi, die dürfte noch vielen fehlen. Ein kleiner Tipp am Rande, eine Entwicklung zählt hier auch dazu. Entwickele ich Dratini zu Dratini. Schilling der Halbstarke. Videotitel. Tragonier zählt es für diese Medaille. Ramses, die Träumerin. Und ein paar Feen sogar. Okay. Und das war's. Hey, was haben wir hier? Da hinten verbirgt sich ein Schimmern. Ein Shiny-Schillern des Schimmern. Das hab ich auch. Dann noch die Erfahrungspunkte. 431 Millionen. Ne Glückseier zünde ich schon. Länger nicht mehr wirklich. Ja, gute 150 Millionen in dem Jahr auch gemacht. Was? Ach so, Erfahrungspunkte. 431 Millionen. Bei mir eine Milliarde, 320 Millionen, 865.782. Startdatum, 19.08.2016. Und hier müsste das der 16.07. sein. Besuchte PokéStops, drei, vier, gefangene Pokémon, vier, fünf, Distanz. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ach so, hier steht ja das Startdatum nochmal. Ja. Das geht in Ordnung. Und dann will ich mal sagen, soll es das für diese... Aber ich habe ja auch viel mehr beste Freunde zum Beispiel und viel mehr legendäre Raids. Das knallt natürlich auch ein bisschen rein. Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.